Weißt du, was ich jetzt mal mache? Pass mal auf. Das ist bestimmt recht fies. Voll in die Fresse. Das war richtig fies, aber... Egal. So ist das halt. Und ja, Leute, damit begrüßt ich euch zu einem neuen Teil von Plants vs. Zombies. Wir spielen heute endlich den Erbsenagenten, meine absolute Lieblingserbse. Und machen auch gleichzeitig ein Video aus der Reihe, die besten Klassen in Plants vs. Zombies. Und das ist nun mal für mich die Plasma... äh, Plasmaerbse. Der Erbsenagent hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. So, der findet wohl, dass das Gutes versteckt da vorne ist. Der Kollege hier. Deshalb werden wir den jetzt direkt mal erschießen, wenn er sich nicht hinter uns leckt. Boah, da wurden wir beide gekillt. Ja, manchmal ist das so ein Ding, wie gesagt, mit dem... mit dem Netcode. Ähm, mit diesem... Er war hinter mir, er ist vor mir, hinter mir. Du kannst manchmal... kannst du es wirklich nicht... nicht einordnen. Äh, ist manchmal wirklich relativ ärgerlich. Ich hoffe, die Wohne trifft irgendwas. Nee, die trifft gar nichts. Scheiße. Paneontologe. Mach's gut. Ja, und ihr seht wahrscheinlich, warum der Erbsenagent mein absoluter Lieblings... mein absoluter Lieblingserbse ist, weil die haut einfach rein. Die haut einfach rein, dieser Erbse. Sie macht 33 Schaden im Nahkampf und das ist Wahnsinn. Bei der Schussgeschwindigkeit, die sie hat, oder bei der Feuerrate, die sie hat, ist das der blanke Wahnsinn. Und, ähm, ja, ich finde, man muss sie auch spielen können. Ich habe schon viele Erbsenagenten getroffen, die hatten es nicht drauf. Aber, ähm, ich finde wirklich, man muss den spielen können, damit der auch wirklich gut ist. So, was, weißt du, was ich jetzt mal mache? Pass mal auf. Das ist bestimmt recht fies. So, warte, kommt da jetzt... Ja, da kommt einer, pass mal auf. Voll in die Fresse. Das war richtig fies, aber... Irgol, so ist es halt. So, Hitler-Zombie. Auf Wiedersehen. Hitler muss sterben. Jeden Preis. So. Ich darf mal ganz alleine jetzt mal den Teleporter... Mache ich jetzt einfach mal gerade. Weil ich es kann. Tu mir, pass mal auf. Kommt doch da jetzt an. Ah, das war gut, Kollege. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Ich habe dich wieder gekillt. Selbst wenn ich dabei selber draufgegangen bin. Du bist auf jeden Fall tot. Das ist das Wichtigste. Damit du nämlich nicht den Teleporter aufbaust. Das machen nämlich leider auch relativ wenig Leute, finde ich. Den Teleporter nämlich zu Deffen. Jetzt ist da leider wieder ein Zombie drin. Der sich wohl wieder für den schlauesten hält. Ohnehin. Problem gelöst. Denn er ist schon vorher gestorben. Aber dann da hinten. Guten Tag. Ein Kopfschuss für Sie. So, das hat dann nämlich da hinten den Teleporter aufgebaut. Das ist relativ schlecht. Hey, das nehme ich persönlich. Weißt du das? Oh, wieder, wieder, wieder so ein Ding mit dem, mit dem Netcode war das gerade. Das war nämlich richtig knapp gerade. So, zack. Oh nein, wieso will ich denn schon wieder so ein blödes Zombie annagen hier? So, aufgehalten. Ja, und die haben den Erbsenagent ja genervt mit dem letzten Add-on. Mit dem letzten Update. So, den hat's erwischt. Den hat's auch erwischt. Auf Wiedersehen. Ja, und jetzt nimmt hier wieder, nehmt die Zombies hier wieder ein. Bin ich eigentlich alleine? Das Gefühl, so ich bin so ein bisschen alleine hier. Was hackt da oben? Ob ich das hackt? So, zack. Auf Wiedersehen. Alles, alles vereitelt hier. So, zack. Wieder ein bisschen Heilung mitnehmen. So einfach geht das. Bin ich hier alleine eigentlich? Ich glaube, ich bin hier alleine, oder? Habt ihr das gesehen? Ich war die ganze Zeit die einzige Pflanze bei uns. Wo sind die anderen? Ich hab 14 Kills schon. Was ist denn los? Also, manchmal kapier ich das nicht. Ich war die ganze Zeit alleine. Die haben... Da war nicht eine andere Pflanze. Eine einzige. Nicht eine war da. Also, manchmal kapier ich es wirklich nicht. Was die Leute die ganze Zeit machen. Naja, gut. Egal. Soll's... Dann soll's halt so sein. So, warte mal. Das Gefühl, der wird nämlich jetzt hier lang kommen. Der... Ingenieur... So, die ist schon mal weg. Ich hab das Gefühl, der wird jetzt hier gleich irgendwo aufschlagen. Pass mal auf. Da werd ich drauf. Die nehmen schon wieder ein. Mir ist keine Pflanze im Garten drinne. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Ohne für euch. So, zack. Weggeräumt. Jetzt hab ich bemerkt. Dass du deine Rakete ausgepackt hast, Kollege. Und schon wieder dieses... Blöde Hin- und Herzappeln von den Leuten. Das ist unglaublich. Ich bräuchte dringend meine Heilung. Ich bin total im Arsch. Die hab ich in der Luft getroffen. Boah, was war das denn? Mit der Mega-Kanone? Unglaublich. Ja, und die nehmen schon wieder ein. Ich frag mich, wo meine anderen Leute sind. Hier, ich zeig gerade auf... Alle in der Liste außer mir. Ich frag mich, wo die sind. Bin ich der Einzige, der da gerade rumläuft? Ich frag mich wirklich, was die machen. Also, manchmal ist es wirklich, äh... Keine Ahnung. Manchmal bin ich der Einzige... Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige, der... Der da spielt. Der da spielen kann. Und ich darf hoffentlich behaupten, dass ich einigermaßen spielen kann. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin der Beste. Das wäre, äh... Das wäre mal wieder Eigenlob. Der Eigenlob stinkt, wie ihr alle wisst. Aber ich kann wohl behaupten, ich kann einigermaßen spielen. Oh, den blöden Zombie da hinten, den müssen wir mal killen. Was ist denn mit dir? Ich brauch kein Geld von dir. Alles falsches Geld. Das will ich nicht haben. So, Kopfschuss und auf Wiedersehen. Zack, auf Wiedersehen. So, jetzt hat er mich mit seiner blöden Drohne endlich da umgekillt. Ich gratuliere dir. Und wieder nehmen die... Wieder nehmen die Zombies ein. Wieder 2 zu 0. Und keine einzige Pflanze ist im Garten. Was machen die denn die ganze Zeit? Ja, gut, dass ihr hinten steht, Leute. Gut, dass du da hinten auch noch stehst. Und der hier auch. Die stehen alle hinten? Was machen die denn da? Ja, sind die denn doof? Ja, so macht man das. So rollt man den Garten leer, Leute. Bin ich denn blöd oder was? Und schon wieder bin ich gestorben. Ich glaube, ich bin der Einzige, der gerade aktiv spielt. Glaube ich. Also habe ich irgendwas verpasst, Leute? Sagt's mir. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 20 Kills und... Ja. Weiß nicht, was los ist. Schon wieder verloren. Und wir sind gerade mal bei... Noch nicht mal 10 Minuten. Noch nicht mal 10 Minuten, Leute, ist der Part lang. Das ist... Äh... Tut mir leid, das ist recht lächerlich. Das ist wirklich recht lächerlich. Ich wette mit dir, die kommen jetzt gleich alle hier hoch. Zack, der erste. Da kommt nämlich der erste Tarnranger. Hatt mal, ob ich sag's dir. So, zack, wieder zwei weggeholt. Vielleicht geht das. Äh, hallo? Willst du aufmucken oder was? Aber zackt's. Ja, also manche Leute sind echt intelligent. Muss ich schon mal so anerkennen. Ich will wenigstens noch... Ah, verdammt. Ich wollte wenigstens noch meine Bohne durchkriegen. Habe ich aber leider auch nicht mehr geschafft, weil, ähm... Ja, es kommt keinerlei Gegenwehr von meinem Team. Ich bin komplett alleine. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin komplett alleine. Da ist kein bisschen Verteidigung von meinem Team. Weil sie sich einfach viel zu blöde anstellen. Ja, wieder ein weggeholt. Weiß nicht, was die die ganze Zeit machen. So, Duell im Kreis drehen. Schon wieder der mit seinem Geld. Kein Interesse an deinem Geld. So, auf Wiedersehen. Dann wett mal der scheißblöde Gewürzjäger, der umholt mich jetzt. Könnte ich drauf wetten. Oh, ich hau mal gerade kurz ab. Ich habe nämlich nur 7 HP. Die heile ich mir gerade mal selber wieder hoch, da die andere Blume ja wohl keine Lust hat hier. Ja, jetzt ist es aber zu spät. Eine habe ich übrigens wieder weggeholt. Sehr gut. Dann laufe ich halt mal, laufe ich halt da mal hinterher und kill die mal. So, den noch. Muss man ja mal killen. So, dann sind die übrigens auch mal tot. So, jetzt bin ich zwar wieder gestorben, aber ich habe zumindest ein bisschen die Leute aufgehalten mit 31 Kills mittlerweile schon. Also, tut mir leid, also ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Ich finde das relativ schade. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Ich habe mich echt, was die anderen machen. So, dann ja, probieren wir es auch noch einmal. Achtung, noch mal so eine Bohne dahin. Für euch Leute, guter Appetit. Nicht schmeckt's. Scheinbar hat es einem geschmeckt. Zack, auf Wiedersehen. Was war das denn? Gepardenhaftkugel? Alter Schwede. Aber was geht los? Na gut, egal. Würde ich sagen, war auch noch ein Angriff. Unsere letzte Bohne für heute. Vorstags, dann nämlich endgültig war. Na komm, den will ich noch haben. Na, schade. Ah, da sehen wir uns nochmal. Ich bin ja einste, einste Pflanze auch hier. Ich war die einste Pflanze. Ich saß ja. Also, ich weiß auch nicht, was da los war gerade, Leute. Ich werde das hier trotzdem hochladen. Auch wenn es nur zwölf Minuten mittlerweile sind. Ich fand es wirklich sehr armselig von meinem Team. Da war keiner von zu sehen. Ich habe ganz nett meine Pflanze gesehen. Ich weiß nicht, was die die ganze Zeit gemacht haben. Ja, 36 Kills. Das spricht hoffentlich noch für sich so ein bisschen. Das war auf jeden Fall der Erbsenagent. Meine absolute Lieblingserbse und meine absolute Lieblingspflanze dazu. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.